Die Aktie von Freenet kann seit Anfang Oktober ein Eigenleben aufweisen. Sie bricht in diesen Tagen auch aus einer mehrmonatigen Bodenbildung aus. Das Chartbild gibt grünes Licht, was zusätzlich durch neue Ertragsfantasie untermauert wird. Freenet ist als Mobilfunke und Anbieter von Lifestyle-Produkten ein Langweiler. Was die Aktie attraktiv macht, ist das konjunkturresistente Geschäftsmodell und man ist ein Dividendenkracher. Die Dividendenrendite beträgt satte 7,7%. Hinzu kommen nun folgende Aspekte. Erstens verhandelt man laut der Bärenberg Bank mit Telefonica Deutschland. Da 1&1 sich Vodafone zuwendet, werden Kapazitäten frei. Freenet könnte diese erhalten und beim EBITDA über drei Jahre rund 20 bis 40 Millionen Euro durch Kosteneinsparungen zulegen. Zweitens endet am 30. Juni 2024 das Nebenkostenprivileg. Kabel geboren werden aus den Nebenkosten gestrichen, sodass in Mehrfamilienhäusern nicht mehr jeder für den Kabelanschluss zahlen muss. Die Art des TVs kann frei gewählt werden. Weil 12,5 Millionen Kabel-TV-Kunden betroffen sind, könnte sich ein Teil für Freenet 2.tv entscheiden. Dort hat Freenet erst 1,15 Millionen Kunden. Diese könnten zunehmen. Bei einem KGV 24 von 1 O sind keine bedeutsamen Wachstumserwartungen eingepreist. alsk haben wir immer nящen Wachstumser meinetwa balance getreift. Fahrer der Stechnet bis 봐. Fahrer der Stechnet bis zum nächsten Mal. fong, ihr ... Invasion empire counter 1955 140 Jahre im Zeitung Es passiert wenn wirli�� ein bisschen aufreichen, und prevalence ehänge, was 한媽 компьютer. Untertitelung des ZDF, 2020